So, dann machen wir doch mal weiter. Molotow-Vete, 1930. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt? Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi? Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputtgehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbollt ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davon kommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche sie nicht. Und Tommy? Hm? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ich werde auf mich aufpassen. Danke, danke, danke. Na, dann suchen wir die mal, die uns unser Taxi zerbeult haben. Was haben wir denn? Was haben wir hier? Kann ich das denn lesen? Ja. Brief an Salieri. Don Salieri. Ich schreibe Ihnen um meine... Geht's wieder los. Schmatzen ist so eklig. Don Salieri. Ich schreibe Ihnen um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderschöner Tag werden. Und er wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesem Anlass Ihren Augen Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Na, fündig geworden. Nee, ich... Ich beobachte dich. Klar. Das ist... Okay, ich... Hab doch nur gelesen. Ich habe nur gelesen. Das sieht aus wie die erste Bar, wo wir ja schon waren, wo wir uns hier hingesetzt haben, wo der ja eine Polizist dazu kam. Hier haben wir noch was. Was haben wir hier? Was ist das? Ah. Ich muss dahinter wieder. Gehe zu Pauli. Machen wir, machen wir. Und somit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zur neuen Let's Play auf meinem Kanal. Seien gegrüßt, dass du dabei bist. So, nichtsdestotrotz wollen wir noch mal zu Pauli gehen. Pauli. Ich folge dir. Ich folge dir. Ich folge dir. Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas, ähm, gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Ah, das wollte ich machen. Jetzt habe ich was vergessen. Verdammt. Ich wollte angucken, in welcher Stadt wir spielen, aber meine Vermutung liegt immer noch bei New York. Sicher bin ich mir nicht. Ihr könnt mich dafür ganz gerne hauen. Ich kenne mich leider mit der Mafia-Triologie nicht wirklich aus. Ja. Adorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Ah, die wird singen. Wer ist das dann? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was langes oder kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ha. Da habe ich genau das Richtige. Der Klassiker für Sofa. Boah. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versenken. Schön, dich kennen zu lernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kann mich um ihn. Ich nur zurückgeben. Und wir sollen die Molotows nehmen. Okay. Heißt ja nicht umsonst, Molotow-Vete. Ha. Ha. Spätestens zu mir, falls dich die Jungs nicht verschreckt haben. Dann kriegst du meine Eisen. Danke. Danke. Eine Eisen, so eine Pizzulle und einen Revolver. Nimm ich gerne. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich fände mich leider mit der Mafia-Triologie nicht so ganz aus. Bitte haut mich nicht. Das wäre echt schön. Und ich enjoyne das erste Mal so ein bisschen in diese Welt hinein. Ja, ich, ähm, ja. Hey, Schrauberger! Zieh dein Kopf hier aus dem Arsch! Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralf. Ich wollte dich nur aufziehen. Du rumpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralf. Sicher, Pauli. Tommy. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralf hier ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Ach, der arme Ralf, hier ist doch ein ganz sympathischer. Keine Ahnung, warum Ralf uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralf kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist... Sekunde mal bitte, ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen. Und... Mal das machen. In Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist ne Dreckschleuder. Also... Ja, da röst. Mal das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky... Ist das für uns ein Leichenwahn? Sag einfach, wenn du ne Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Zigaretten und Tabakos. Es ist nicht nur unser Fusel-Torn, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Okay, es gibt auch eine Handbremse. Gut. Jetzt will ich nur den Schwein den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Ja, das war mein nächster Gedanke. Was passiert, wenn sie uns sehen? Aber das sollte ja hoffentlich nicht dazu kommen. Mal gucken. Weiß ich nicht. Ich weiß es. Ich würde es ganz gerne wissen. Ich weiß es aber nicht. Ich bin gespannt, was mich erwartet auf dieser kleinen Reise durch die Machia-Reihe. Ich werde alle Teile spielen. 1, 2 und 3. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Vor allem, weil ich es auch schon sehr, sehr lange spielen möchte. Ich habe immer gehört, die sollen sehr, sehr gut sein. Und ja, jetzt mit der Trilogie, beziehungsweise mit der Remaken, lässt es sich doch bestimmt einfach mal angucken. Teil 3 habe ich damals schon bei Gronkh gesehen, so ganz still und heimlich. Aber das ist auch schon 4 Jahre her. Es ist schon ein bisschen. Also, ja, und jetzt bin ich so selber. Warte, ein Bremsweg. Oh Gott. Der Bremsweg ist übersichtlich. Ach, heiliger. Der Bremsweg ist übersichtlich. Ich weiß noch gar nicht, wie sind solche Verfolgungen in der Mafia? Wir sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Also mit der Maus. Kann sein, dass ich sie vielleicht nochmal ein bisschen langsamer mache. Diese ist schon echt. Uh, das. Ui. Ganz schön schnell. Also, ich finde sie wirklich schon sehr unangenehm schnell. Gut, wir sind jetzt auch gleich da. Und da vorne müssen wir ja schon hin. Okay, wir sind fast da. Parkplätze werden ja zum Glück auch immer markiert. Ehe ist Aussteigen. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Das ist ja faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Mhm. Komm schon hier drüben. Okay, jetzt ist es nicht wieder zu leise. Ach ja, ich mag auch die Einstellungen. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Reinschleichen und abfackeln. Falls die Kugeln fliegen. Oh. Ja gut, du hättest mir auch so ein Eisen geben können, ne? Dann hätte ich mich wenigstens verteidigen können, aber... Naja. Oh, X ist... X ist schleichen. Ey, wo weiß ich noch nicht. Schleiche dich von hinten an Pauli heran. Das ist eine gute Weichzeit, du. Wir müssen, glaube, da rüber. Aber... Jop. Alles klar, machen wir so. Das machen wir so. Wir müssen irgendwie da hoch. Ich hoffe mal, dass die uns da jetzt nicht sehen, sobald wir versuchen. Ah ja, das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch. Steuerung. Ah, okay. Hey, was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du da? Ähm. Jo. Klettert der von alleine ran, oder? Ja, okay. Dino, die Zahiris Jungs von der ganzen Stadtmord. Was schleichen dich an die Wache heran? Hör zu, Kumpel. Wer bist du? Hi. Oh, ich glaube, ich hätte sie noch ein bisschen sprechen lassen sollen. So, und wie kommst du jetzt hier hin? Natürlich. Hä? Ah, okay. So wird, okay. Ah, Schläger, ne? Jetzt gehen wir in die Autos ran und, äh... Und so. Und... Und noch einmal. Was heißt hier, verdammt? Zertrümmel die Autos. Okay, mit Al kann man ausweichen. Und jetzt, äh... Au, das sieht aus, als was wir tun. Warte mal, was? Geh? Was passiert, wenn wir jetzt auf so ein Auto werfen? Okay, wir haben leider keine mehr. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Kann ich den Waffen wieder wegstecken? Das war das. Äh, haben wir... Oh, guck mal hier hinten. IWD kann man das benutzen. Genau neben Morell und Laden. Und das sieht ja schon wesentlich schön aus. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Sie schießt sie nicht entkommen. Komm zurück, ihr Schweine. Natürlich. Das ist das... Oh Gott. Ich muss mal die Rückwärtser einlegen. Ich will mich natürlich nicht bei der Polizei erwischen lassen. Das ist eigentlich nicht so mein Plan. Wir sollten loslegen. Jetzt aber. Scheiße. War schnell und weicht der Polizei aus. Also, äh, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Wir sollten die wirklich nicht sauer machen. Führe der Polizei nicht zu Sellerie. Das klingt nach einem Plan. Oh, okay. Da unten stehen also die Fahndungssterne. Zwei. Was passiert bei fünf? Verfolgt mich dann wie bei GTR? Eine ganze Armada voll Panzer? Die wollen mich halt ausbremsen, ne? So, ähm, wie kann ich denn? Ach, guck mal, da unten auf der Karte wird angezeigt, wo ich langkomme. Okay, da bin ich mal gar nicht langgekommen. Da wollte ich eigentlich nicht gerade reinfahren. Okay, wir sind sie los. Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Welchen Part von unsichtbar hast du nicht kapiert? Ja, sorry. Ich wollte ja nicht nur hier lang. Auch ohne Katze, schade. Dafür kommt sowas wie eine Katze, so eine coole. Ja, das, äh, ich, äh, ja. Ey, da muss man auch noch. Ob ich mit dem so ein Ding fliegen kann? Hier in Mafia wäre schon cool. Ich bin schade, dass es die, äh, Tappelins ja heutzutage gar nicht mehr gibt, aus sicherheitstechnischen Gründen. Fast. Finde ich sehr, sehr schade, aber, naja. Ja, ich hab mir damals den Film Hindenburg angesehen, aber ich, wie immer ich so ein Zeppelin sehe, denke ich an den Film Hindenburg. War ein sehr, sehr toller Film. Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Oh Gott. Ah, vorsichtig, wir wollen nicht auffallen. Das war nicht mein Plan. Das ist Allieri, hätte Kops auf der Gehaltsliste. Scheiße. Ein paar Streifen wollen schon, aber Morello hat den Polizeichef. Okay, das ist natürlich ein großer Unterschied. Also, hat sich's gut angefühlt? Lost Haven, ah. Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht über das erste Mal, Tom. Oh Gott. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich, dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mal so und so, ne? Ja, aber kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber hoffenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, hab ich mein Maul gehalten. Und eines Tages hab ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. Zehn Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt hab ich nen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir ne Runde aus. Ich habe noch nichts vor. Also, klar hast du nichts vor. Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Klingt gut, ich bin dabei. Naja, vom... Klar bist du das. vom Taxifahrer zum Don. Naja, gut, dann Ralf. Ey, yo, Ralfi, wir haben ein neues Auto für dich. Wir haben ein neues Auto. Vielleicht gefällst du dir. Ach ja, mit E ist er hier aussteigen. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Das gibt's nicht mehr. Warum? War eine üble Kiste. Die hier ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Ja, das ist halt richtig. Ja, freu dich auch. Neues Auto. Yay. Oh, Billard. Darf ich jetzt noch eine Billard spielen? Irgendwie. Hey, Boss. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setzt durch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Den wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zaun schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besaugung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also, Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen. Also, hör zu. Hör gut zu. Erstens. Kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionenwörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens. Wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und? Ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier in diesem Raum haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Und Don Salieri. Wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt hab ich Hunger. Luigi, essen wir. Willkommen. Und somit haben wir schon ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Oje, das geht ziemlich fix. Kapitel abgeschlossen. Normaler Tagesablauf. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Salieris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Was wusste ich schon. Ja, der Boss wartet auf sich. Danke. Na dann wollen wir mal zum Boss gehen. Guck mal, wir waren schon klein und schon definitiv anders. Warum sieht er, warum hat er seine Fäuste so aggressiv, so, ich bin halt, so ungefähr so, keine Ahnung. Dann gehen wir mal zum Boss, wenn er schon auf uns wartet. Wie er da steht. Juli, wir wollten zum Boss gehen. Wo geht's eigentlich hier hin? Darf ich auf die hoch? Ich darf hier hoch. Ich will mich umschauen. Bitte seid nicht böse auf mich. Ich will hier hoch. Ein Pferde gemeldet. Okay, wir kommen aber schon nicht weiter, ne? So einfach durch die Türen kommen wir ja nicht. Ne. Gut, wir können uns hier leider nicht weiter umgucken und weiter geht es leider auch schon nicht. Schade. Na dann, wir sollen ja zum Boss. Dann wollen wir ihn doch mal nicht erwarten lassen. So. Ach Gott, noch langsamer die Treppen runter. So, Boah, Silein. Da bin ich. Ja. Mach ich, mach ich. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugesehen hast. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bis hierhin da warst, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Und für jeden neuen Abonnenten, jeden neuen Zuschauer, freue ich mich natürlich auch sehr, für euch Videos zu bringen. Und by the way, ey, wenn du mal live dabei sein möchtest, guck mal in der Videobeschreibung. Da findest du mein Link. In mein, äh, in der Videobeschreibung. Da findest du mein Twitch-Link. Für meinen Twitch-Kanal. Ja, ihr wisst, was ich meine. Egal. Nichtsdestotrotz, das war's von meiner Seite. Ich, bis zur nächsten Folge. Tüdelü. Ciao, ciao.